Fußball-Bundesligas TSG Hoffenheim muss im letzten Ligaspiel gegen den FSV Mainz 05 ohne U21-Nationalspieler Nadim Amiri auskommen. Wie die TSG am Samstagabend mitteilte, zog sich der Mittelfeldspieler bei der 0-1-Niederlage gegen Werder Bremen einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu. Der 22-Jährige verletzte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ohne gegnerische Einwirkung und wurde zur Pause durch Christoph Baumgartner ersetzt. Über die genaue Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben. Eine mögliche Teilnahme Amiris an der in gut einem Monat startenden U21-Europameisterschaft in Italien, 16. bis 30. Juni, bleibt somit offen. Let's block ads, why? conceived Olympische und憑ge Blla. Let's block ad Untertitelung des ZDF, 2020